Ich finde, bei Schrift kann halt so schnell der Flow nicht stimmen oder die Proportionen, die Abstände, da kann echt viel schief gehen und ich finde, dass selbst nach so vielen Jahren, die ich mich jetzt damit beschäftige, habe ich immer noch bei weit nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie fertig bin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich mein kleines lustiges Podcast Equipment genommen, bin, habe das reingeschmissen einfach in die Karre und bin nach Hamburg gedonnert und sitze jetzt hier im Kollektivklamm heimlich mit dem lieben Dustin rum. Dustin, was geht ab? Was geht? Hallo, wir haben Frühstück bestellt und warten da gerade drauf. Ja, stimmt. Es kann sein also, dass es jetzt gleich klingelt. Wir haben schön hier, wir waren eigentlich, Dustin hatte Bock auf Franzbrötchen. Ich habe gesagt so, du, ich will eigentlich lieber ein bisschen was Herzhaftes haben. Das ist ein Burrito geworden. Breakfast Burrito. Hast du den schon mal gegessen? Nö. Was ist das perfekte Frühstück für dich? Eigentlich Poets. Ja? Richtig gut. Geil gemachtes Porridge. Erzähl, wie geht geil gemachtes Porridge? Also am besten, meistens verchecke ich das, die Haferflocken abends schon einzuweichen, aber dann kommen die morgens kurz in die Mikrowelle und dann warte ich eine halbe Stunde. Dann kommt da gemanschte Banane rein. Entweder Alpro Vanillejoghurt oder Kokosmilch, je nachdem, was ich da habe oder worauf ich mehr Bock habe. Chiasamen, Cashew, Zimt. Ich glaube, das war's. Das hört sich aber geil an, auf jeden Fall. Chiasamen, finde ich, sind gerade bei so einem Porridge voll geil, weil die quellen, dann wird das nicht so trocken. Ja, genau. Auf jeden. Und Cashews sind auch immer, achso, Blaubeeren habe ich ganz wichtig vergessen. Blaubeeren auch geil, genau. Ich mache das immer, wenn ich Meal Prep mache, mache ich mir meistens so vier, fünf Gläser davon für die Woche. Dann habe ich das Sonntag einfach schon durch. Was ist das Porridge? Hält sich das so lange an? Ja, ey, das ist wirklich, es gibt, bei Meal Prep ist das immer so eine Sache, meistens schmeckt dann so nach drei Tagen komplett scheiße, aber das ist wirklich, das schmeckt gut. Ich mache dann da glutenfreie Haferflocken rein. Ja, die nehme ich natürlich auch. Dann Kakao-Nips, auch richtig geil. Dann Chiasamen, dann nehme ich noch, weil Glutenfreien sind das ja nur Kohlenhydrate, dann mache ich noch Proteinpulver rein. Ja. Dann shake ich das und gieße das mit das, was wir da haben an Milch oder Milchersatz auf. Und dann mache ich noch einen Löffel, boah, pass auf, wir haben von Koro gibt es so Pistazienmus. Uh, ja, ich habe jetzt gerade am Wochenende gelernt, Erdnussbutter und Klecks mit rein. Auch geil, ja. Das ist ziemlich gut. Wir machen sonst mit dem Thermomix immer Erdnussbutter und das hätte ich sonst auch immer reingedonnert. Das ist auch richtig geil. Und was hast du gerade gesagt, was für ein Mousse? Pistazienmousse. Habe ich dir schon von meinem Pistazien-Fauxpas erzählt? Nee. Vielleicht dachte ich fast 35 Jahre lang, dass Pistazien Kapern sind. Wirklich? Ja. Okay. Ich habe mich immer gefragt, warum alle so Kapern-Eis essen oder? Das ist so salzig. Ja, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Königsberger Klopfen mit Pistazien. Ja, ich habe da irgendeinen krassen Denkfehler früher gehabt und irgendwie habe ich das Wort Kapern gelöscht und Kapern mit dem Wort Pistazien ersetzt in meinem Kopf. Okay. Aber also Kapern gehe ich jetzt mal von aus, magst du dann entsprechend nicht? Nee. Also bei Königsberger Klöpsel früher war das okay. Also ich habe die nicht mitgegessen, aber die konnten da drin sein. Ist ja, glaube ich, für den Geschmack wichtig. Ja, ich glaube auch. Aber, ja, ich habe nicht verstanden, warum man Eis mit dem Geschmack isst. Und dann hast du das erste Mal Pistazien probiert. Ja, so ein Eis, genau. Ich hatte ein Haselnuss-Eis und eine Freundin hatte damals ein Pistazien-Eis geholt und dann war ich schon kurz verwehrt. Und dann habe ich so die Konsistenz und Farbe angeguckt und war so, hm, das sieht ja ziemlich gleich wie meins aus. Und die so, ja, ist ja auch beides Nuss. Und dann hat es klick gemacht. Und dann hast du gesagt, ah, ja. Ja, habe ich probiert und war so, fuck, was habe ich 35 Jahre verpasst. Ich wollte dir eigentlich noch als Gastgeschenk was mitbringen und zwar gibt es jetzt gerade von Kuro wie so Hanuta-Schnitten, nur mit Pistazien. Ja, das ist so ein Mario Götze Special Edition und die sind leider so gefragt, dass bei Kuro, dass du online nur zwei pro Person kaufen kannst. Ich wollte dir eigentlich ein Display mitbringen, aber, ja. Und hast du mir denn zwei mitgebracht? Nee. Aber noch arbeite ich hier ja offiziell nicht. Noch, noch, ich gehe, ich habe ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, hier den DM leer zu räumen, auf jeden Fall, bis wir uns dann am Freitag sehen. Da werde ich dich überholfen damit. Wenn ich dein Körpergewicht, deine vier Kilo werde ich aufwiegen. Sehr gut. Du bist ja auch relativ viel unterwegs gewesen, hast du für die Tage, also, was ich witzig fand, wir haben uns ja vor ein paar Jahren, haben wir uns ja auch kennengelernt dann in Barcelona in dem Podcast. Da warst du gerade auf Weltreise und seitdem bist du ja eigentlich wieder, also, doch schon viel unterwegs, aber jetzt nicht so Weltreise-mäßig. Ich bin halt immer wieder in Hamburg, also, schon Hamburg ist halt meine Basis, aber ich mag es halt gerne, ja, unterwegs zu sein. Aber ich freue mich dann richtig doll auf zu Hause wieder und ein bisschen hier zu sein. Ja. Genau. Jetzt habe ich aber auch, mein Plan ist eigentlich für dieses Jahr oder die nächsten Jahre ein bisschen weniger Reisen. Ja. Lieber ein, zwei große Reisen machen im Jahr und nicht mehr so viele kleine Sachen. Ja, aber würdest du nochmal so eine Tour machen, wie du es gemacht hast? Nee. Echt nicht? Nee, dafür habe ich halt zu viel, dafür musste ich halt Wohnung kündigen, alles verkaufen, Gewerbe abmelden, Versicherung war voll der Struggle. Ja. Kannst irgendwie, wenn du, wie war das, ich glaube, du kannst nur versichert sein, wenn du in Deutschland, ach, das war irgendwas komisch, also ich musste mich, glaube ich, ab, ich weiß nicht mehr genau, ist zu lange her, aber es war aber mega kompliziert mit der Krankenversicherung. Die lassen einen nicht so einfach gehen. Ach, wensin. Ja. Aber wie lange warst du dann? Du warst... Ein Jahr. Ein Jahr weg, ja. Oder zehn Monate waren es insgesamt. Und dafür musstest du wirklich komplett hier alle Zelte abbrechen? Hast du die Klamotten eingelagert? Ja, also wir konnten das alles bei meiner Ex damals bei den Eltern im Keller alles einlagern. Wir mussten dafür jetzt nicht extra was mieten, aber ich wollte, ich kam nicht mit dem Gefühl klar, dass jemand, ja, ich wusste auch nicht genau, wie lange das jetzt hätte. Es muss auch sein können, dass es zwei Jahre werden. Ja. Und ich hatte einfach komisches Gefühl, wenn jetzt irgendwie ein fremder zwei Jahre in meiner Wohnung lebt. Jeder, der dich kennt, weiß, dass das schon nach so einem Tag ein Problem ist. Eigentlich so mit dem Reinkommen. Mich wundert es, dass du dann nicht sofort mit so einer... Du müsstest eigentlich dir den Gag erlauben, mit so einer Desinfektionsflasche hinter dem Herz zu laufen und alles, was er anfasst, so... Es liegt nicht an dir. Ja, genau. Ich kam da mit dem Gefühl, kam ich nicht so zurecht und dann haben wir einfach alles, alles, ja... Ja, ist doch geil. Verkauft, was ging, Wohnung gekündigt und den Rest, alles, was wir behalten wollten, eingelagert. Und dann hatte ich auch keine Sorgen beim Reisen, das war halt mega cool. Ich glaube, so... Ja, stell dir mal vor, dann zahlst du ja Miete für den Arsch die ganze Zeit, dann weißt du halt auch... Das heißt, du hast eine scheiß Krankenversicherung, die du gar nicht nutzen kannst, dann brauchst du zusätzlich eine Auslandsversicherung, ja... Blumen gießen, Bude putzen, muss ja auch gemacht werden trotzdem, ne... Auf jeden... Stell dir mal vor, dann machst du so gar nichts und kommst dann so ein Jahr später wieder in deine Bude rein und die sieht einfach komplett ganz, wie sagt man, im Osten schön warm sanieren. Ja, genau, darauf hatte ich halt gar keinen Bock, deswegen dachte ich einfach kündigen und dann suchen wir uns was Neues, wenn wir hierher kommen wieder. Und wieso, das würde mich nämlich wirklich interessieren, wieso wäre das kein so ein Lifestyle-Konzept für dich, so diese Tour zu machen, weil ich glaube nämlich, wenn ich das machen würde, würde ich... Mir würde das, glaube ich, zu sehr gefallen, so nicht in den Tag rein leben, aber heute hier, morgen da und du hast ja nichts, wo du dir irgendwie richtig was aufbaust oder so, sondern du baust halt an deinem Ruf und sammelst halt Erfahrung. Was ist, boah, für dich der Punkt, wo du sagst, nee, das ist auch dauernd nicht so geil? Ja, mir hat es schon, also die Zuhause hat mir einfach gefehlt, doof gesagt, also schon, vor allem Freunde, Familie, das halt schon, finde ich, also auf kurze Dauer war mega cool, war das okay, aber jetzt, also ich finde es einfach schön, zu Hause zu sein. Und dann freut man es, freut sich dann halt aufs, ich freue mich mega aufs Reisen, aber dann auch wieder halt zu Hause zu sein. Fährst du lieber Bahn oder fliegst du lieber, wenn du reist? Kann ich gar nicht sagen, glaube ich finde beides, also auf jeden Fall ziehe ich den beiden selber Autofahren vor. Also ich fahre ungern selber irgendwo hin, weil wenn ich Bahn fahre oder fliege, dann kann ich irgendwie was am Handy erledigen. Genau, aber am Fliegen ist schon, doch, ich fliege, glaube ich, lieber als Bahn fahren. Da geht, ja, da geht, meiner Erfahrung nach geht da weniger schief. Ja, das stimmt, das ist richtig. Wir haben es mal hingekriegt von Amsterdam nach Berlin, dass der Zug tatsächlich, das war ein One-Way-Wolge, oder ein Direktzug, so ne. Die haben über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden Verspätung gehabt. Der hat zwischendurch irgendwo in so einem Nest angehalten und hat dann ernsthaft gesagt, ich warte, wir haben jetzt hier angehalten, irgendwie Order von oben. Ich warte gerade noch auf dem Boden mit Befehlen, wo ich mir denke, was geht denn bei euch? Ich bin mal mit dem Zug in den Baum gefahren. In den Baum? Ja, also das, auf einmal hat es mega gerumst, überall waren Äste und Bäume und irgendwie, da war halt Sturm und Bäume sind halt so Richtung Gleis runtergekippt und anscheinend ist der immer weiter, ein bisschen weitergekippt und irgendwann war der halt so tief, dass der Zug dagegen gedonnert ist. Ja, das gab einen Rums. Scheiße. Ja, da muss ich sagen, da ist mir bis jetzt zum Glück noch nichts passiert. Das passiert auch nicht, dass sich irgendjemand in meinem Beisein irgendwie auf die Gleise geschmissen hat oder so. Ne, das hatte ich auch noch nicht, zum Glück. Ja, das muss man auch wirklich nicht haben. Ich habe einen Kumpel, der ist Bestatter, der erzählt mir dann immer, was da abgeht. Stimmt, ich musste meinen besten Freund eigentlich auch mal fragen nach ein paar crazy Stories. Der arbeitet auch für ein Bestattungsunternehmen, ja. Das sind auf jeden Fall wilde Leute, finde ich. Ja. Die sind richtig wild. Das Witzige ist, er sagt, seitdem er jetzt schon viele Jobs gehabt hat, aber inzwischen nicht mehr so wirklich. Aber er meinte früher, als er da angefangen hat, er ist endlich mal glücklich mit einem Job. Das ist ein bisschen brav. Na gut, die Leute gehen mir wieder auf den Sack hier. Ne, eigentlich, er meinte das Schöne war, dass die Leute da wirklich einfach mal nett und er hilft denen halt wirklich und kriegt denen halt auch viel Dank. Und das ist halt angenehmer, als bei, ich weiß nicht, bei 1&1 in der Hotline zu arbeiten. Ja, ja, das stimmt, das ist richtig. Oder da hätte ich auch keinen Bock drauf. Oder einfach irgendwo im Supermarkt. Was hast du vorher gemacht, bevor du tätowiert hast? Schilder und Lichtreklamehersteller. Boah. Ja. Crazy. Aber eigentlich, also witzigerweise recht passend, weil ich schon da auch dann Buchstaben in der Stadt verteilt habe, aber legal. Die moderne Art des Feinfeldes. Ja, ja, genau. Das war ganz cool, weil ich habe in der Berufsschule nämlich die Oldschool-Art gelernt. Also wir haben Schriftkonstruktionen gelernt, wie man Folien oder Werbeschilder ohne Maschinen herstellt, wie man die Schriften, wie man das alles handwerklich auf Folie übertragen kann, ausschneiden und so. Krass. Das hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Jetzt, weil ich mache ja nur noch Schrift eigentlich und deswegen ist es halt auf jeden Fall witzig, dass das gut gepasst hat. War das vorher schon? Also hast du zu dem Zeitpunkt schon Graffiti gemacht? Äh, ja. Aber noch gar nicht, also ich habe mich schon immer mit Graffiti und Tags auseinandergesetzt und fand das immer cool. Aber Skaten war immer mein Ding eher oder hauptsächlich und halt Graffiti oder Tags hat halt immer das Skaten begleitet, weil ich unseren Crewnamen einfach überall hingetakt habe. Ja, genau. 19, 20, dann habe ich quasi wieder neu mit Graffiti angefangen, weil Skaten nicht mehr ging. Genau. Und dann habe ich mich in was Neues verliebt. Fährst du auch seitdem nicht mehr? Also gar nicht? Doch, ich fahre im Sommer mit so einem Cruiser oder Bounce Board, aber Tricks machen ist vorbei. Ja, da seid ihr in Hamburg auf jeden Fall besser aufgestellt, ja? Ja, ich habe einfach, ich könnte, ich kann jetzt zu Fuß fünf Minuten da vorne in so eine Galerie gehen, die haben da einfach eine Mini-Ramp. Echt? Und ich kenne auch noch, du kennst sie auch, die Maui, die hat sogar einen Schlüssel dafür, weil sie ein Atelier da hat und ja, das, jetzt hat es gerade getingelt. Ja. Ich mache mal kurz Pause bis dahin. Ihr wisst doch Bescheid, wie es läuft, Freunde. Es ist schön außen kontakt. Lassen wir das danach? Ja. Wir machen das. Währenddessen ist es immer blöd, das finden die Leute nicht so cool. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt so ein paar Morgens, da kriege ich wieder wütende E-Mails. Auf zu fressen, ihr Schweine, sagen die dann. Wo waren wir gerade? Bei der Mini-Ramp beim Skaten. Ja genau, Maui hat sogar einen Schlüssel dafür, weil ich könnte fünf Minuten zu Fuß dahin gehen und habe so das, nee, mit 15 hätte ich mir das erträumt. Ja, auf jeden Fall. Dass ich einfach nur fünf Minuten zu Fuß gehen muss und dann kann ich eine Mini-Ramp in den Dorf fahren. Jetzt habe ich das und kann es nicht mehr machen. Ja gut, aber ich glaube, das ist dann einfach so, wenn du Prioritäten hast, du hast ja auch ein Studio, wir leben ja von unserem Handwerk. Handwerk und Handwerk beinhaltet Hände und wenn die gebrochen sind, was durchaus mal vorkommt, dann ist es schwierig. Das ist auch echt, ich mache mir gar keine, ich habe gar kein Problem damit umzuknicken oder so, aber meine Hände, das ist halt echt das Problem dann. Wir würden uns jederzeit die Beine abschneiden lassen, aber die Hände so, nee, das passiert nicht. Ja. Beine sind auch leichter zu ersetzen heutzutage. Was glaubst du, da haben wir letztens im Studio drüber geredet, was glaubst du, ist das der schlimmste Sinn, den man verlieren kann? Also von welchen, das ist alles beschissen, wenn man das verliert? Ich weiß nicht, ob... Vielleicht riechen, nee, das wäre gar nicht schlimm eigentlich, oder? Ja, geht. Kann man noch schmecken, wenn man nicht mehr riechen kann? Nee. Nee. Hattest du, hattest du das, hast du kein Corona gehabt und hattest das schon mal? Nee, ich habe Corona, aber ich habe nur Schwindel gehabt. Ich habe irgendwie komische, wie heißt das, Symptome gehabt. Ja, ich hatte das mit Geruchsverlust. Okay, ja krass. Das ist richtig scheiße, weil dann sitzt man zu Hause und denkt sich so, boah, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich hier wie so ein Waschbärmüll in mich reinschaufeln. Ja, aber besser als keinen Sehen oder... Das stimmt, ja. Kein Sprechen. Aber es hat zum Beispiel so ein paar Begleiterscheinungen. Was ist denn zum Beispiel, deine Hütte brennt und du kriegst es nicht mit? Ja, das ist doof. Das ist richtig doof. Aber wenn du nicht sehen kannst, dann siehst du es auch nicht und nicht hören, dann wirst du auch nicht wach von dem... Ja. Also ich glaube, du hast bei jedem einfach ein Problem. Ich glaube, mir wäre aber trotzdem Sehen und Hören und Reden wichtiger als schmecken. Ja. Obwohl ich liebe Essen. Ja, das stimmt. Also es wäre alles eine crazy Einschränkung auf jeden Fall, aber ich glaube auch Sehen ist das Wichtigste. Wenn du nicht mehr sehen kannst, ist es schon nur noch halb so geil. Wenn man so 50-50 machen könnte. So ein bisschen weniger schmecken und ein bisschen weniger... Oder man behält einfach alles. Das geht ja auch. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Und wenn du, was ich auch ganz mega interessant finde bei dir, du bist ja auch dann trotzdem, wie gesagt, viel unterwegs und machst was. Wie sieht so eine normale Arbeitswoche bei dir aus? Wie oft arbeitest du? Wie oft machst du Graffiti? Wie malst du hinterher noch? Ähm, also ich habe meistens so drei oder vier Tage, wo ich tätowiere und die anderen ein, zwei Tage von jetzt Montag bis Freitag gesehen, äh, mache ich, kümmere mich um Studio hier, äh, mache Bestellungen, Bestand, aufräumen, Sachen hin und her schieben oder reparieren, äh, sowas. Ähm, und, also jetzt gerade habe ich eine Graffiti-Pause, weil ich mal im Winter mache ich meistens Pause. Echt? Ja. Fällt dir das dann schwer hinterher wieder? Also musst du ein bisschen... Nee, das ist geiler. Also ich merke immer, dass ich danach wieder so mehr Bock habe. Ähm, genau. Also wenn, über den Sommer bin ich auf jeden Fall viel am Malen. Also fast, also die Sommermonate fast jedes Wochenende. Genau. Ähm, über den Winter dafür gar nicht. Ja, und, aber ja, eigentlich ist es eine normale Woche. Ich gucke gerade mal in meinen Kalender. Ich weiß nicht gerade, ob das beim Tätowieren dann genauso vielleicht ist, ne, dass man zwischendurch, dass man es eigentlich geiler, also dass es eigentlich geiler ist, wenn man das so portioniert macht, weißt du? Also, ich finde trotzdem nach wie vor, auch nach der Zeit, die ich jetzt tätowiere, so, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Aber es ist halt irgendwie, manchmal denkst du dir halt auch, es wäre auch richtig cool, wenn du dir so zwei, drei Tage für ein Projekt nehmen könntest. Mhm. Und dann einfach so wirklich so. Also so versuche ich das ja auch so schon zu machen. Also ich, deswegen mache ich auch, versuche ich nur drei Tage oder meistens werden es dann öfters doch mal vier, weil ich wieder irgendwie was vergesse oder jemandem gefallen tun will, was nicht fertig geworden ist. Aber eigentlich finde ich das auch immer cool, so ein, zwei Tage tätowieren. Dann habe ich wieder einen Tag Pause, um was anderes zu machen. Und dann nochmal einen Tag tätowieren. Dann ist Wochenende. So mag ich es am liebsten. So kommen auch bei mir die besten Ergebnisse raus. Also wenn ich, ich merke das, wenn ich einen Gastspot mache meistens, dann habe ich so eine, dann kommt es häufiger vor, dass ich auch fünf, sechs Tage arbeite. Und da merke ich dann schon, zum letzten Tag hin, kommt es vielleicht mal vor, dass ich einen Termin auch absagen muss. Aber ich glaube, ich finde, das ist bei so Kreativberufen sowieso so, wo du halt sagst, da musst du halt wirklich 100 Prozent geben. Und gerade bei dir jetzt zum Beispiel, wo man sagt, da ist man wirklich der absolute Perfektionist bei den Sachen, da will man halt auch nur 100 Prozent abliefern. Ja, auf jeden. Also ich, deswegen versuche ich da auch ein bisschen, mich von den Tagen zu reduzieren, weil ich halt, eigentlich, wenn ich tätowiere, dann heißt das immer, dass ich meistens um 10 oder 11 hier bin. Und meistens auch erst gegen 9 oder 10 wieder weg. Und das dann vier, fünf Mal die Woche ist halt zu viel. Also ich gebe einfach mir viel zu viel Mühe und stecke sehr viel Zeit in das, was ich dann mache. Und das schaffe ich dann halt nur drei, vier Mal die Woche. Ja. Sonst wäre zu viel. Ja gut, aber das finde ich ist ja auch in Ordnung. Du bist ja auch nicht alleine, ne? Ihr habt ja hier schon einige. Genau, ja. Es ist auch echt recht groß geworden letztes Jahr. Genau, jetzt schon kurz davor, dass ich überlegen muss, ob wir vielleicht uns was Größeres suchen. Ja. Ja, also jetzt gerade sind wir. Ein, zwei, drei, fünf Feste. Oh, krass. Und drei, die sich einen Platz teilen. Also eigentlich sind wir, also, ja, das ist schon so acht Leute gerade. Das ist mehr, als ich habe. Und du hast vielleicht ein Drittel von dem Platz, den ich habe. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was passiert ist irgendwie. Anfang letzten Jahres war noch genau das Gegenteil. Ja. Ja. Und jetzt läuft das irgendwie so gerade. Und ja, ich fühle mich dann manchmal auch ein bisschen schlecht, weil ich ein paar Leuten nicht einen vollständigen Platz geben kann. Ja gut, was willst du machen? Ja, genau. Aber mal gucken. Also wir kriegen das eigentlich ganz gut hin gerade, so mit geteilten Kalendern. Die tragen sich dann ein, weil wir den Platz benutzen. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Ich hoffe, das läuft so weiter. Ja. Ich habe die, wir haben jetzt noch die nächsten ein, zwei, drei Monate recht viele Gäste. Das habe ich jetzt aber auch reduziert, damit die, dass sich nicht so doll kollidiert mit den anderen. Ja. Genau. Ja, das ist bei uns zum Beispiel jetzt gerade ein Problem. Wir benutzen ja so ein Programm, wo du dir, wo du dir deinen Grundriss sozusagen, den die Arbeitsplätze stundenweise buchen kannst. Ja. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Vielleicht brauche ich so eine abgewandte Version davon. Gut. Auf jeden Fall. Ich bin das erste Tattoo-Studio, was das über diese Firma macht. Das ist auch eine Hamburger Firma übrigens. Mit der machen wir das zusammen. Ich hätte jetzt gedacht, das hast du wieder selber gemacht. Das habe ich ausnahmsweise nicht selber gemacht. Nee, das habe ich in Auftrag gegeben. Aber es ist richtig cool. Okay. Aber das Problem habe ich nämlich auch, weil die Leute dann nämlich, die Gäste, keine Ahnung, sagen wir mal, wer fällt mir jetzt gerade ein, sagen wir mal, Luso und Mario kommen im Mai. Ja. Wie bei uns, ne? Genau. Da ist natürlich klar, die Gäste arbeiten ja in der Regel fünf Tage. So, also du probierst ja dann schon, dir die Woche irgendwie voll zu krachen oder so, ne? Ja. Oder bei dir, keine Ahnung, du hast dann so viele Leute, die dann drauf warten, dass du in der Nähe bist und dann musst du halt irgendwie, willst dann auch den Leuten entsprechen und so, ne? Ja. Das ist dann aber für die Residenz wieder blöd, weil wenn du halt mehr Plätze hast als, also mehr Leute hast als Plätze, ist schon mal die Platzauswahl dann da eingeschränkt, ne? Und das kann dann... Ja, ja. Und das ist vor allem doof, wenn du deinen Gast eingeplant hast, der aber doch nur einen Termin oder zwei hat. Ja, das stimmt. Und dann halten die anderen sich zurück und im Endeffekt ist der Platz dann den ganzen Tag leer. Und deswegen ist bei uns dann so die Order, dass man sich nur einträgt, wenn man einen Termin hat. Und das hat, wir haben das vorher über Google-Kalender gemacht, dass die Leute sich... Aber ganz kurz, wenn du jetzt einen Gast hast, der muss ja schon erst einmal, also der muss ja schon die Woche jeden Tag einen Platz haben können, wenn er, oder... Also trägst du den nicht dann direkt schon mal eine Woche ein? Okay. Weil das ist ja der Sinn der Sache, dass die Leute wirklich nur dann eingetragen sind, wenn Platz ist, weil in der Regel ist es so, ich meine, du kennst das ja bei uns. Stell dir mal vor, du machst den Gastspot bei dir, dann will ich mich eintragen und dann ist gar kein Platz mehr frei. Also wir haben ja zum Glück sehr viel Platz. Ja, in der Zornot kann man da noch... Und Platz ist in der kleinsten Hütte, aber das Problem habe ich jetzt gerade aktuell noch nicht. Wenn es jetzt aber weiterhin so, sage ich mal, anzieht, dann wird das auf jeden Fall auch, da braucht man da Richtlinien. Ja, in der Zornot kann man immer noch eine Liege bei euch mit irgendwo reinschieben. Ja, klar, das ist dann natürlich blöd, weil ich finde auch so ein bisschen, ich mag das halt, dass das so ein bisschen auseinandergezogen ist, aber wir haben dieselben Arbeitsstationen. Ja, aber du könntest bei dir ja noch locker, also es ist nur zur Not, wenn es irgendwie wirklich zu eng werden wird, das ist ja kein Problem bei dir, dass da noch ein Platz mehr... Ja, das ist gar kein Thema, das haben wir auch schon gemacht. Vielleicht sogar zwei. Ja, das geht auf jeden Fall ganz ohne Probleme. Wenn du den Konfi noch leer machst, geht da sogar noch mehr. Das stimmt. Wobei ich da auch manchmal denke, weil hier den Leuten, die sich jetzt ankündigen und auch bei den Sachen, die sich dann da ergeben, auch so denke ich mir manchmal so, boah, ein bisschen mehr Platz wäre auch geil. Du jetzt immer noch. Ja. Ich bin schon wieder am Limit. Ich hätte zum Beispiel auch gerne einen Raum, wo ich halt eben Podcasts aufnehmen kann, nicht immer meinen Scheiß rumschleppen muss. Ich hätte hier halt gerne einen Raum, wo wir einfach chillen können und Playstation zocken können. Das fehlt halt auch. Ich meine, wir haben hier die Küche, wo wir jetzt auch gerade sitzen, aber ich hätte gerne eine Couch, einen Fernseher, wo wir echt dann halt einfach abends ein bisschen zocken können. Ja. Bong rauchen. Bong rauchen. Bong rauchen. Oder wie Schwarzer jetzt sagen würde, Risch eine Nei heizen. Das muss auch mal sein, dass man einen Bong raucht, weil sich im Studio, damit man auch ernst genommen wird von den anderen Leuten. Alle Gäste müssen auch erstmal den Kopf rauchen. Damit wir sicherstellen können, dass es keine Bullen sind. Ja. Ja, da müssen wir uns was anderes überlegen ab April. Stimmt. Ja, dann können sie, keine Ahnung. Wie ist das andere? DMT. Boah, DMT wäre heftig. So direkt, du bist direkt so ein Lebens, so jeder, der jetzt so ein bisschen spirituell angehalten ist, denkt sich jetzt so, ja genau richtig, wir fangen direkt mit der Offenbarung an. Damit ihr ganz genau Bescheid wisst. Ich habe heute gelesen in der Zeitung, dass es jetzt das erste Tattoo-Studio gibt, was Tätowierungen unter Vollnarkose anbietet. Thema hatten wir witzigerweise gestern hier, Gilles Freundin ist Krankenschwester und die hat jetzt gewechselt zu einer Privatklinik und die meinten theoretisch. Also wenn man das bezahlt, ist das kein Problem. Würdest du das machen? Ne, ich glaube, wir hatten das Thema dann auch gestern, das ist halt schon ziemlich krass für den Körper. Voll. Ich glaube, dann hat ja jemand erzählt, dass, ich glaube, alles ab drei Stunden Narkose halt auch sehr toll oder sehr gefährlich werden kann. Klar. Genau und, keine Ahnung, also wenn ich jetzt so ein, also nur für drei Stunden Tätowieren sowas so machen, finde ich halt ziemlich dumm. So richtig dämlich, ne? Ja. Nö, ich mache das in Vollnarkose. Ja. Und es ist ja ein Schmerz, den man handeln kann, ne? Wenn der Arzt mich fragt, so sollen wir hier bohren, machen wir ohne Betäubung, ne? Sag ich jedes Mal so, nein, man, da machst du auf jeden Fall Betäubung rein, weil, so what, weißt du? Würde ich mich da für eine Vollnarkose legen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne. Ja, boah, die Betäubung ins Zahnfleisch ist auch immer so, boah, am miesesten. Von innen, oben innen, obwohl unten innen ist, glaube ich, noch fieser. Ja? Ja. Ich habe mal eine hinten hier in die Seite gekriegt, so in dieses Kiefergelenk rein sozusagen. Und dann hängt hier so die Fresse an einer Seite runter. Ja, ich habe das schon alles durch, leider. Mir wurde auch schon das Zahnfleisch aufgeschnitten, rumgebohrt, Zähne raus. Alter, da habe ich dran rumgeflext. Ja, da habe ich leider das schlechte Gene. Ja, passiert. Einmal in der Türkei und dann ziehst du aus wie Stefan Raab, wenn du zurückkommst. Das wäre witzig. Man wird nicht sehen, ich werde niemandem erzählen, dass ich in der Lotterie gewonnen habe, aber there will be signs. Bling, 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 bling. Was, ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du, weil hier, das heißt ja kollektivklammheimlich und der Name ist ja auch Probram, warum ist das hier tatsächlich so, dass du, also man sieht ja wirklich gar nichts von außen, es ist ja wirklich. Ja, sieht assi aus von außen. Nö, ist halt ein normales Wohnhaus. Achso, ja, okay, du bist ja jetzt durch den normalen Eingang, ich meine, unser Eckeingang, den ich nehme da, ist jetzt komplett vollgetaggt und vollgestickert. Ähm, naja, das haben wir so, also die Jessie Manchester, die das hier damals gegründet hatte, die hat das halt so gestartet und als ich dann hier angefangen habe zu arbeiten, äh, hab ich gemerkt, wie cool das ist. Also man hat, das ist einfach schön, dass ich, wenn mein Kunde morgens mittags kommt, ähm, dann weiß ich, dass ich halt mich jetzt nur, mich um den kümmern werde. Ja. Vielleicht kommt noch ein Postbode oder irgendwas, aber ich weiß, dass ich halt nicht, hier kommen halt keine Leute rein, die ich dann, ja, mit denen reden muss, die irgendwie bedienen muss oder die irgendwelche Fragen haben. Das passiert halt hier nicht und dadurch kann sich jeder halt so 100 Prozent auf seinen Kunden konzentrieren. Ja, das stimmt. Das macht es halt echt, ist echt, ich hab's halt genau im Gegenteil gelernt und ich find's halt so viel schöner zu arbeiten. Ich finde den Vorteil, bei uns klingelt zum Beispiel echt super oft das Telefon, also jeden Tag mehrfach, was cool ist, aber es ist, wie du schon sagst, ne, weil das macht's dann wieder nötig, dass man halt so was wie ein Shopmanagement halt holt. Ja, genau, genau. Aber selbst das, also ich find unser Studio hier ist zu, also wenn ich das jetzt hier öffnen würde und einen Shopmanager reinpackt, aber dann, das ist ja, ich bekomme das ja trotzdem mit. Ja. Also ich kann halt auch nicht tätowieren und dann schalte ich alles um mich herum ab. Ich bekomme das sofort mit, wenn hier jemand ein Messer in der Küche feinen lässt. Ja. Also da. Da gehst du sofort raus. Ja. Deswegen, das wäre mir auch trotzdem dann zu wuselig, wenn hier jemand die ganze Zeit mit Leuten am Reden ist, dann kommen die auch trotzdem zu mir. Vielleicht kurz eine Frage hier, was soll ich ihm sagen, wie teuer ist das? Ja, das kenn ich. Genau. Und wir haben, also wir haben halt Glück, dass es immer noch funktioniert und solange das mit den Terminen hier alles so funktioniert, sehe ich da gar kein Bedürfnis, das zu ändern. Aber wie war das, also hattest du, war das für dich dann schwer, dich hier in Hamburg zu etablieren? Oder war das für dich schon immer so, dass du sehr, weil ich, ich kenn das ja, ne, wir sind zusammen in Paris, die Leute kommen zu dir und sagen, ey, krass, ich feiere deinen Scheiß schon voll lange und so, ne, das ist halt richtig cool, du hast halt richtige Fans. Ja. Wie, hast du da aktiv dran gebaut? Also, okay, das sind jetzt zwei Fragen eigentlich, ne? Ja, klar, also ich hab das schon, ich hab schon sehr viel und hart dafür gearbeitet. Ähm, auch, also als ich hier nach Hamburg gekommen bin, also ich hatte in Kiel gelernt, ich hab mich hier von Jessie tätowieren lassen und das waren irgendwie acht Tagessitzungen, da kommt man, redet man halt viel miteinander und irgendwann, sie wusste, dass ich gerade am Lernen bin und ich wurde halt immer unglücklicher bei jeder Sitzung und dann hat sie mich gefragt, ob ich Bock hätte, hier zu arbeiten und ich bin dann auch eigentlich so von einem Tag auf den nächsten hier nach Hamburg gezogen, was gezogen, also ich hab dann hier immer bei Leuten auf der Couch gepennt und dann hier, ja, ich hab halt hier in einem Studio gearbeitet, was halt keine Laufkundschaft hat und ich hab ja auch erst ein Jahr tätowiert und ich weiß gar nicht, ob ich schon Instagram hatte oder das dann erst angefangen hab, als ich hier war, war auf jeden Fall ganz neu, also darüber war auch nix möglich und dann hab ich halt in einer neuen Stadt, in einem Privatstudio ohne Kunden angefangen, das war halt nicht so geil, also ich glaub in den ersten drei Monaten hatte ich hier irgendwie vier Termine, vier Freunde tätowiert und war echt richtig am struggeln und dann hat Jessie mich zum Glück auf die Hamburger Convention hier, sie meinte dann, sie kennt da den Veranstalter und hat uns einen Platz geklärt und dann, ja, dann hab ich da tätowiert und das war auf jeden Fall das Beste, was mir hätte passieren können anscheinend, weil also seitdem hab ich, seitdem hab ich keine, also seitdem bin ich immer ausgebucht. Krass, also machst du, machst du jetzt, wie weit im Voraus? Also es war jetzt bis vor einem Jahr immer drei Monate und jetzt mach ich halbes Jahr, aber nur weil ich zu, weil mir das sonst, wenn ich die Terminvergabe hab, dann kraulst mir das schon wieder, dass in drei Monaten schon wieder die nächste Runde losgeht. Ja, ja, verstehe. Ich bin leider echt schlecht mit dem, so ein Kram kann ich nicht so gut und genau, ich tue mich echt schwer damit, E-Mails zu beantworten, allgemeine Nachrichten zu beantworten und. Ich hab Glück, muss ich sagen, also ich kann das nicht bezeugen, ich krieg meistens Antwort eigentlich. Das ist jetzt, das ist jetzt kein Allergy. Scheiße, jetzt bin ich dir in den Rücken gefallen. Ich frag, das sind immer richtig wichtige Sachen zum Beispiel, das ist immer dringend. Ich mach immer vor die Nachricht so ein Ausrufezeichen, dass Dustin weiß, okay. Hast du mal überlegt, dir jemanden zu holen, der das für dich übernimmt? Ja, ich hatte sogar letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Gespräch mit einer, die ich hier in Hamburg, Pate Duvira, managt. Aber ich glaube, dass, ich hatte mir, ja, ich müsste mich eigentlich bei ihr nochmal melden, wenn wir gar nicht haben. Scheiße. Naja, gut. Ja, das wollte ich machen. Schöne Grüße. Ja, liebe Grüße. Ich glaube, das wäre doch nichts. Ja, genau, richtig. So übrigens. Ja, ich weiß nicht, weil ich glaube, das ist halt gut, wenn man, wenn man täglich super viel anfangen bekommt und auch täglich seine Termine quasi abmachen will, dann ist sowas gut. Aber dafür, dass ich sie eigentlich nur alle drei Monate für drei Tage brauche, dann mache ich das einfach selber. Also hast du dann einen festen Termintag, wo die Leute sich dann melden können? Ja, genau. Ich habe fest, genau. Ich mache jetzt auch Ende März habe ich, glaube, 19. und 20. März habe ich jetzt für zwei Tage in meinem Kalender gesperrt dafür. Da mache ich dann, sitze ich dann nur zu Hause und beantworte alle E-Mails. Boah, das ist auch viel. Wie viele? Ja. Machst du, also kriegst du viele Anfragen, also du kriegst viele Anfragen, aber könntest du jetzt ohne Probleme ein Jahr voll machen? Ich glaube, ein Jahr könnte ich hinkriegen. Krass. Ja, aber ich habe ja auch gar nicht, das hört sich jetzt nur so krass an, ich habe, wie gesagt, auch nur drei, vier Termine pro Woche. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, dieses Jahr habe ich angefangen, mir einfach jeden Monat eine Woche, eine Pufferwoche freizuhalten, um Sachen, die nicht fertig werden, wenn ich krank bin, wenn, ja, eigentlich meistens, ich habe halt immer das Problem, dass oft Sachen doch größer werden und dann brauche ich doch nochmal eine Sitzung oder so. Ja, gut, das sind ja dann neun Termine pro Monat. Ja, oder genau so zwischen neun und zwölf. Ja. Genau. Und deswegen ist das halt auch relativ schnell voll, so ein halbes Jahr. Ja, das stimmt. Ja. Machst du dann auch Kleinkram oder machst du wirklich mittlerweile? Doch, also bei Stammkunden super gerne. Also ich liebe Kleinkram, ich liebe auch kleine Gapfiller. Genau, aber also die Leute können mir auch super gerne eine Anfrage für kleine Sachen schicken. Also viele nehme ich auch an. So, ich habe gar nicht so, also jeden Tag so ein crazy Ding muss ich auch nicht machen. Ja, ich finde auch, ne, das ist immer cool, wenn man da, wenn sich das so ein bisschen die Waage hält, weil wenn auch mal so ein, nicht mal Kopf aus, weil man gibt sich ja trotzdem dann Mühe für die Sachen, aber auch so ein Kleinkram ist geil. Genau, ich finde es eigentlich auch angenehm, wenn ich mal um 16 Uhr fertig bin mit dem Tattoo und mich einfach darüber freue, dass da so ein Handflächengroßes Ding schön nice ist, dann kann ich mich auch noch, noch mehr in die Details, wie heißt das, stürzen. Ja. Ja, weil dann habe ich nicht, weil sonst bei so großen Sachen habe ich ja auch immer, wenn ich in die Details reingehe, habe ich immer vor Augen, es könnte jetzt auch noch drei Stunden so gehen, weil das ist halt der ganze komplette Oberschenkel und da muss ich mich dann immer ein bisschen zurückhalten. Ja, aber bei so einem Handflächending ist halt, finde ich das schon angenehm, das kann ich halt wirklich 100% perfekt dann machen. Ja, was ich halt dann krass finde dabei, ist, wenn man sich dann auch deine Arbeitsweise dabei anguckt, das sieht ja dann wirklich, du bist ja nicht gerade der Schnellste, aber die Sachen sehen halt auch abgeheilt absolut aus wie frisch, also das ist total krass. Ja. Finde ich immer geil. Ja, das finde ich, das ist halt auch eigentlich genau mein Anspruch, also ich sehe nicht, ich muss nicht der Schnellste sein. Ich meine, ich habe schon ein bisschen quasi die letzten Jahre auch versucht, schneller zu werden, also ich schaffe ja auch große Projekte, ich schaffe auch einen Oberschenkel oder einen Oberarm, Unterarm, also die Hälfte ist Oberarm, Außen oder Unterarm, Innen zum Beispiel, sowas schaffe ich ja auch an einem Tag, aber ich kann auch mit einem Handflächengroßen Ding theoretisch mich einen Tag beschäftigen. Ja, das stimmt. Ja, das kriege ich auch hin ohne Probleme. Ich rechne das auch immer fair ab dann, also da muss dann 300 die Stunde inklusive aufmalen und vorbereiten, ab dem die Uhr läuft, ab dem der Kunde hier reinmarschiert. Nein, Spaß. Ja, ich glaube, ich gehöre zu den fairesten Preisen hier in Hamburg und wie du schon sagtest, es hört sich doof an, das selber zu sagen, aber gerade für die Qualität bin ich, glaube ich, super fair. Am Ende ist es ja auch so, die Leute, du hättest ja nichts zu tun, wenn das nicht so wäre. Also da ist ja schon ein gewisser Standard da und das ist ja auch einfach der Anspruch, den man an sich selber hat. Es gibt ja halt viele Leute, die sind halt, die tätowieren vielleicht noch nicht so lange, die hätten auch gerne den Anspruch. Und was mir auch gerade noch einfällt, was so witzig ist, da habe ich mit Basti letzte Woche drüber gesprochen, so wie sich dein Blick schärft über deine Zeit, weil du gibst ja, also stellst du das auch fest bei älteren Arbeiten von dir, dass du dir jetzt auch, sage ich mal, nicht so super alt sind, sagen wir mal so zwei, drei Jahre, dass du drauf guckst und sagst so, ja, aber ich bin irgendwie da. Was meinst du, dass du fehlst, dass dir das nach zwei, drei Jahren nicht gefällt? Ja, nee, auch noch nicht mal nicht gefallen, weil das ist so negativ behaftet, aber dass man einfach da so eine Entwicklung bei sich sieht. Ja, aber ich kann sogar leider sagen, mir gefallen meine Sachen wirklich nicht, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Also, was heißt nicht gefallen, aber ich sehe halt sofort, was ich anders machen würde jetzt. Das ist vielleicht die bessere Beschreibung. Also, ich sehe eigentlich schon, schon oft ein paar Tage später, wenn ich das irgendwann mal, oder ein paar Wochen später, wenn ich das poste, dann sehe ich eigentlich schon, aha, hier hätte ich das auch vielleicht so machen können. Aber das ist halt, weiß nicht, mein Mentor meinte immer, das ist gut. Und, ja, wenn man, man sollte nie zufrieden sein. Jeder, deswegen ist das auch kein Schocker, weil ich glaube so, wir haben jetzt mittlerweile fast 50 Folgen, hier Tales from the Needle voll und das haben eigentlich alle gesagt da, dass sie sagen, du guckst dir, bei mir ist das zum Beispiel so, ich gucke mir über den Tag das Ding an, freue mich dann und denkst, oh, richtig geil, alter, mega. Ja, und dann bin ich fertig und dann denk ich mir so, ja. Was da, den Trick, den Tipp von Jesse, hab ich von Jesse damals bekommen, wenn man denkt, man ist fertig, ein Foto machen. Ja. Und dann, wenn man sich in die Küche setzen oder an den Rauchen gehen, weil auf dem Handy siehst du sofort Sachen, ja. Den Trick hat Julian verraten zum Beispiel auch, dass man das machen soll, wenn man Freehand-Sachen aufzeichnet. Dass man da nochmal mit einem Foto drauf gucken soll, weil dann sieht man, wo gegebenenfalls Sachen... Ja. Das ist ja auch wirklich so, wenn ich das mal nicht mache und dann gucke ich mir das Foto an und das dauert wirklich nur drei Sekunden und du siehst irgendwo einen Fehler. Ja, ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ich glaube einfach, man misst dann seine Arbeit an einem anderen Maßstab, als man es früher gemacht hat, weil ich glaube, wir geben immer oder wir probieren bei jedem unserer Kunden 100% zu geben und du bist aber trotzdem, ja, entwickelt man sich ja weiter und der Blick wird schärfer. Und ich finde es dann aber witzig, dass man in dieser Zwischenzeit, wenn ich mir jetzt Sachen von vor zwei Jahren angucke oder von einem Jahr ist es vielleicht einfacher, wo ich sage, ich habe in der Zwischenzeit, ich kann es nicht benennen, was ich daran besser verstanden habe, aber irgendwas habe ich besser verstanden, da dass die Sachen jetzt anders aussehen und meiner Meinung nach besser sind, weißt du? Das ist schon witzig, so eine Entwicklung. Ja, auf jeden. Also ich finde auch gerade bei, ich weiß, ich glaube bei anderen Sachen ist es wahrscheinlich genauso, aber gerade bei Schrift, finde ich, sieht man das auch voll doll, seine Entwicklung. Also ich finde bei Schrift kann halt so schnell der Flow nicht stimmen oder die Proportionen, die Abstände und ich weiß nicht, da kann echt viel schief gehen und ich finde das selbst nach so vielen Jahren, die ich mich jetzt damit beschäftige, habe ich immer noch nicht, bei weit nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie fertig bin. Aber ich glaube, das macht es auch aus, weil ich glaube, wenn du anfängst, zufrieden mit dir zu sein, hörst du auf, dich weiterzuentwickeln. Siehst du, bei voll vielen Leuten, wenn die ihren Hype haben so, weißt du, wenn die es dann irgendwann to the top geschafft haben, dass es danach nichts mehr kommt, weil was willst du dann noch erreichen so? Auf jeden Fall. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, auf jeden Fall. Naja gut, wenn du es jetzt nicht hast, ich wollte es gerade sagen, du hast doch eigentlich eine relativ gute Base. Was ich mich halt richtig cool finde, ich habe jetzt in den letzten Monaten und auch witzigerweise gestern ging es weiter und also jetzt am Donnerstag, ich muss aber von vorne anfangen, also ich habe mit Jill recht viel Kollabos jetzt geplant und auch schon angefangen. Jetzt haben wir gestern auch eine angefangen, was früh besprochen und den ganzen Namen noch gemalt, da fangen wir nämlich jetzt Donnerstag mit Tätowieren an und gerade die Kollabos mit Jill machen mir gerade richtig viel Spaß, weil er dann halt die motivlichen Sachen einbringen kann und ich... Wie an der Wand, er macht die Charakter, er macht die Schrift. Genau, ja und da bin ich gespannt, was noch so kommt in den nächsten Jahren, hoffentlich. Arbeitet ihr dann zu zweit da dran? Also insgesamt gleichzeitig? Ja, was meinst du jetzt beim Zeichnen oder beim Tätowieren? Also wenn wir Kollabo gemacht haben, wechseln wir uns ja meistens ab. Beim Tätowieren meinst du jetzt? Beim Tätowieren. Ja, ja mit Jill auch, ja ja, safe. Also ich finde das ganz komisch, zu zweit gleichzeitig zu tätowieren. Das funktioniert nicht mit meiner, weil ich halt super sauber arbeite. Nein, also nicht das Hygienische sauber, sondern das Technische. Und wenn ich dann gerade ansetze, gerade bei den Negativschriften, dann will ich gerade ansetzen und dann zieht jemand oben, spannt die Haut und dann rutscht die Haut ein Stück nach links und dann setze ich auf einmal aus Versehen in den Bereich, wo eigentlich hautfrei sein soll. Punkt. Dann hast du halt verkackt. Und dann denkst du dir so, okay, dann muss ich das jetzt halt. Dann muss da jetzt Rauch rauskommen, dann muss der da rüber gehen. Das muss ich dann jetzt schmutzig machen, den Markertext so. Dann ist der Marker jetzt nachträglich leer. Genau, vielleicht nochmal ein paar Sprinkler, die dann da rumfliegen. Aber ja, es ärgert halt immer, wenn man dann gerade so ansetzen will und dann zieht jemand, spannt die Haut an der anderen Stelle. Und selbst bei einem Rücken, finde ich, selbst wenn du der eine unten links beim Arsch und der andere oben rechts an der Schulter tätowiert, selbst da hat man, merkt man das, was der andere macht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das in irgendeiner Form irgendwie weird ist. Ja, ich finde das eher, also ich finde halt, Collabos am coolsten, man zeichnet halt zusammen, so, dass man macht das Stencil zusammen und dann abwechselnd die Bloodlines und dann kann ja der, okay, bei uns ist halt der Vorteil, weil wir in dem gleichen Studio sind, aber dann kann ja der, ich habe das auch mit einem anderen Kunden von mir, habe ich eine Backpiece-Kollabo angefangen auf dem Rücken bei ihm mit jemandem aus Bremen, der Asko. Und genau, der kommt jetzt halt immer abwechselnd zu mir, dann fährt er wieder nach Bremen, dann kommt er zu mir. Er kommt aus Berlin, also für ihn ist es egal, ob er quasi nach Hamburg oder nach Bremen dann fährt, genau. Ja, das ist aber auch cool. Ich finde auch so, Collabos machen Bock, mit dir habe ich, glaube ich, mit Abstand die meisten gemacht, so. Und das ist ja dann auch, finde ich, auch perfekt eigentlich für Convention. So, weil du halt, du kannst ein bisschen flexen und du hast aber zwischendurch auch noch ein bisschen Zeit, dir was anzunehmen. Ja, das war richtig angenehm in Paris, das war, dass ich immer Zeit hatte zum Rumlaufen. Und was ich auch sagen muss, wie ist das mittlerweile, ich habe es nämlich jetzt auch bei dir schon beobachtet so, du bist auch wieder ein bisschen im Freehand-Fieber, ne? Ja, auf jeden Fall, irgendwie ist das wieder mehr geworden. Aber ich finde, das macht auch, das ist fast schon die Hälfte an Geilen ist so bei dem Titel, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es kommt halt immer echt doll drauf an, was ich mache. Also, wenn ich so verschiedene, wenn ich die Sachen, wenn jemand viele Wörter mit verschiedenen Stilen haben will, dann mache ich oft Stenciln. Ja. Und gerade so, wie jetzt so ein Ding im Nacken, das, was ich, glaube ich, gestern gepostet hatte, so ein 19, genau, das Fettkap-Ding im Nacken, das ist halt perfekt für Freehand, finde ich. Das macht einfach richtig, das macht auch mega Spaß. Ja. Also, ich finde gerade an so einem Nacken da ein Stencil zu kleben, ist eh ein bisschen komisch, weil dann hast du die Schulter, dann geht das so nach hinten weg zur Schulter, dann kommt die Rundung vom Hals und dann hast du irgendwie, in alle Richtungen biegt sich das. Das wird eh nix mit dem Stenciln. Ich muss auch, also ich habe auch festgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie die Hilfslinien vorzieht, fällt es mir zum Beispiel auch leichter, wo ich vorher beim Stenciln echt Probleme hatte, angenommen, du machst jetzt Schrift über den Knien, es fällt mir leichter, das Freehand symmetrisch zu machen. Ja. Als, ne? Als Stenciln. Ja. Die eine Seite ist immer easy und dann die zweite Seite, genau so. Ja, ich finde, wenn die, das steht halt mit dem Grid und steht und fällt, wenn der gut ist. Ich meine beim Stenciln jetzt, wenn ich Stenciln mache, dann habe ich halt das, klebe ich halt die linke Seite einfach erstmal auf. Ja, die ist egal. Genau. Und dann ist halt immer, wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann kriege ich schon wieder, dann weiß ich so, ach, das wird lange dauern. Das ist vor allem auch so eine Geschichte, da habe ich letztens auch im Studio drüber geredet, das ist eigentlich witzig, ne, dass diese ganze Stencil-Geschichte, dass das noch so, so gemacht wird, wie es gemacht wird. Ja, dass es nie verändert oder revolutioniert wurde. Es gibt keine, das Revolutionärste, was wir haben, was ich auch schon cool finde, aber das ist, glaube ich, hier durchsichtiges Stencil-Papier. Durchsichtiges Stencil? Ah, doch. Aber ich habe das nur gesehen, dass Leute das selber gemacht haben, oder? Nee, das gibt es zu kaufen, ja. Ah, okay. Ah, krass. Das ist halt einfach, also so, ich kann mir das aber gerade nur vorstellen, bei Gap-Filler ist das ganz praktisch, oder? Ja, genau, bei sowas. Oder wenn du Realistik machst, bist du nicht fertig geworden, das stelle ich mir nämlich auch vor, dass das der absolute Hass ist. Ja, stimmt. Katastrophe. Ich habe mit Leuten gesprochen schon, die so Farbrealistik machen und sich vorher keine Blattleins ziehen oder so und dann hast du einfach so einen weißen Fleck da drin und du denkst dir, Bruder, wie zum Teufel willst du das jetzt machen? So, das ist gefickt. Na, wie, das habe ich ja bei meinem Job damals genannt, dafür gibt es Passamagen. Okay. Was du quasi, eigentlich machst du dir auf deinem Stencil, okay, in dem Fall, ich überlege gerade, dann musst du dir halt einfach, ich würde dann einfach das Stencil, also wenn jetzt ein Auge fehlt, dann würde ich mir einfach ein Stück vom rechten Auge irgendwie irgendwas Markantes von der Nase oder vom Ohr noch dazunehmen und das mit Stenciln und dann das quasi genau ausschneiden und dann halt beim Auflegen musst du das halt genau da rauflegen. Ja, und dann stell dir mal vor, dann hast du dich so um einen Millimeter vertan oder so und dann hat das Portrait versehentlich da und so hoch. Ja, aber da kannst du ja theoretisch, so habe ich das halt in dem Job früher gemacht, also du legst das Stencil dann erstmal trocken drauf, positionierst das genau, deswegen musst du es auch ganz genau ausschneiden und dann mit Tape fixieren, quasi dann machst du auf eine Seite fest das Tape, auf der anderen ab, hebst das an, schmierst den Karm drunter und dann legst du das wieder genau so hin, dass bei der linken Seite, oder warte, ich muss anders anfangen, das ist voll schwer, dass wir kämen ohne Bild, genau, du hast ja, du machst dann, du legst das so drauf, dann machst du rechts ein Stück Tape, links ein Stück Tape, das rechte Tape bleibt einfach so und beim linken Tape schneidest du das quasi genau durch, da wo das ein Stück auf der Haut bleibt und eins auf dem Papier, genau, und dann hebt man das hoch, schmiert das Kram drauf und beim runterlegen, machst du das so, dass es genau wieder, ja, Kleber auf Kleber dann kommt, dann sollte das passen. Kennst du den Klassiker beim Stenciln, wenn du, jetzt sag ich mal, den Stencil so gerade bei so dünnen Schriften so drauf gemacht hast und du hast die Haut zu sehr gespannt und du lässt los und dann hast du auch immer so eine Welle drin, richtig dumme Scheiß. Ja, du musst, also ich glaube, das habe ich relativ früh gelernt von Jessie, weil sie so Geometrik-Kram gemacht hat und da war das halt, sie hat auch immer viel mit härterem Papier gearbeitet, weil sie meinte, wenn sie dann so ein Lapperpapier nimmt, dann verformt sich das halt zu schnell, dann lieber, sie hat echt lieber ihr Stencil teilweise per Hand noch auf so, auf normalem Druckerpapier gemacht, weil das halt schön hart war und dann sich nicht so verformt hat beim Auflegen. Na gut, kann ich verstehen. Ich kenne auch Leute, die nehmen dieses Trennpapier, dieses Backpapier, was zu schneen. Ja, genau, und das wird sie halt niemals nehmen, weil das ist viel zu doll dann verformt beim Anlegen. Und ich habe dann halt schnell auch mir daraus abgeformt, dass, wenn ich so eine dünne Schrift zum Beispiel hatte, also eine sehr langgezogene Schrift, dass ich das Papier aber oben und unten noch, keine Ahnung, 10 Zentimeter dran gelassen habe, damit sich das halt nicht so doll verformt. Oh, Stenciln, das ist auch so eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, aber da bin ich echt, da habe ich das, da habe ich echt Vorteile mit meinem Job gehabt. Ich musste ja riesen Schaufenster, Autos, alles mögliche alleine folgieren und das ist halt, als ein Stencil aufkleben ist einfach gar kein, also null Problem. Das hatten wir bei uns im Studio, ich habe das Downtown-Logo in der Küche am Fenster und im Eingangsbereich am Fenster und der hat das auch, das ist einmal gelb geplottert und einmal in Schwarz geplottert und Schwarz ist sozusagen die Outline und ich dachte, das machen die auf einem Sheet, machen die aber nicht, das wird so. Und dann mit Passamarken-Metalien gearbeitet. Ja, genau, richtig. Alter, ich habe auch gesagt, so Junge, wenn ich das machen würde, so, da würde ich, glaube ich, wer hätte morgen am Tag direkt graue Haare, so weiß, ne? Also der Job ist eigentlich echt cool gewesen, nur leider, da es so keine, wie heißt das, keine Tarifverträge gibt, ist halt die Bezahlung einfach unterirdisch. Naja, gut. Ja. Aber es ist ja trotzdem was, wo man jetzt, ich weiß gar nicht, macht man das, heutzutage macht man das auch immer noch so, ne? Was jetzt? So foliert. Achso, jaja, da hat sich nichts geändert. Also du kannst natürlich auch, wenn das sehr aufwendig bunt ist, dann kannst du einfach einen Digitaldruck verkleben. Aber das so wie jetzt bei euch mit den verschiedenen, weil wenn du so drei Farben hast, dann würde ich das, wäre das immer noch mit Folie gemacht. Sieht halt auch geiler aus, weil du hast ja dann nichts, du hast ja dann nur das, was gedruckt ist und nicht noch irgendein Trägerpapier oder irgendwas Durchsichtiges. Ja, das stimmt schon. Auf jeden. Das wäre eigentlich witzig, da muss ich sagen, da sehe ich hier noch gar nichts. Also so auch am Fenster, okay, du willst ja auch nicht, dass man sieht, was hier drin ist. Ich habe ab und zu mal überlegt, also wir haben ja so eine weiß abge, weiß, ne, weiß von einem Milchglasfolie. Genau. Und ob ich da vielleicht mal das Logo einfach so ganz dezent, Ton in Ton. Der alten Seiten wegen. Ja. Aber nö, eigentlich finde ich es irgendwie cool so, dass man halt von außen nichts sieht. Ja. Deswegen musste ich auch die Adresse erfragen, weil man hat ja wirklich dann. Ja, findet man bei Google nicht. Nirgendswo. Hat Vorteile, ne? Weil wenn du die ganze Scheiße erstmal hast, dann ist es auch richtig viel an Maintenance, die man nachher noch hat dafür. Das muss ja auch alles gepflegt werden. Bei Google jetzt. Zum Beispiel, ja. Mich kann man auch extra nicht bewerten irgendwo. Das ist auch so eine Geschichte. Ich meine, eigentlich muss man sagen, wenn man jetzt nicht so, also wenn man es nicht hingekriegt hat, sich das so zu erarbeiten, dass die Leute in der Form zu einem kommen, weißt du, und man halt wirklich sehr viel Werbung machen muss, dann macht das schon Sinn. Ja, natürlich. Auch diese Bewertung. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es auch eigentlich immer richtig fahrlässig, dass bei Google einfach jede Handswurst bewerten kann und die Leute tatsächlich danach gehen. Also das ist wirklich ein ernstes Thema. Und deswegen finde ich auch gut, dass es so viele Leute trotzdem gibt, die das dann vernünftig machen, ne? Ja. Ja, also, ne, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Es gibt auf jeden Fall dann auch ein paar Arschgeigen, die machen das dann nicht. Wir haben, glaube ich, wir haben ein paar schlechte Bewertungen und das ist alles von Leuten gewesen, die noch nie bei uns waren. Ja, die haben vielleicht mal angefragt, wurden dann höflich abgelehnt, aber die sind dann so gekränkt. Ja, einen haben wir nicht höflich abgelehnt. Ja, wenn der ein Arschloch ist, dann kriegt der... Ja, der hat mir, es war irgendwie so ein Teenie oder so und der hat mir dann irgendwie sowas, also so nach dem Motto, er hat sich dann irgendwie, ich hab ihm was geschrieben zu seinem Wunsch und er, ne, so nach dem Motto, so, ja, ich will das, aber du, so, ne, er hat nicht viel Spaß zu mir gesagt, aber so irgendwie, so du Otto oder so, weißt du? Das fängt ja richtig gut an. Ja, wo ich mir denke, was bist du denn für eine Missgeburt, Alter? Du glaubst doch nicht, dass ich in irgendeiner Form irgendwas für dich mache und da hab ich gesagt, du, pass auf, also Respekt ist hier wirklich, ne, keine Einbahnstraße, so und wenn du das nicht machst, so, ich brauch deine, selbst wenn du mir jetzt tausend Euro gibst, das brauch ich von dir nicht, so. Ja, und dann war witzig, genau, dann hab ich ihn, dann hab ich ihn, ähm, hat er mich blockiert und hat einen Tag später bei Marcy angefragt und Marcy hat ihm einfach nur acht Lachsmilies geschickt und hat ihn direkt blockiert und dann hat er geschrieben, dass es bei uns dreckig ist. Ah, okay. Du kennst ja Micky und die geht bei sowas ja komplett steil, ne? Kann man da, gibt's da bis heute noch keine Lösung für? Also kannst du das nicht Google, kannst du irgendwie so, gibt's da nicht so drei Punkte, wo man drauf drückt und dann sagt man so? Du kannst das per Anwalt löschen lassen, das kostet dich so zwischen 30 und 60 Euro pro Bewertung. Ja, okay. Also es wurde einfach ein Business draus gemacht. Du kannst ein Business draus machen, der Anwalt erklärt dir natürlich, warum das dann widerrechtlich ist. Ja. Wenn da jetzt eine Beleidigung oder so drinsteht, dann geht das auch manchmal so, aber ansonsten bist du halt dann, ich weiß nicht, ob man dann in der Beweispflicht ist oder so. Aber du schickst ein Foto von deinem sauberen Studio. Wenn, ganz ehrlich, das ist glaube ich einfach so eine Sache, wo man dann, wenn die Leute vernünftig bewerten und da steht in jeder Bewertung drin oder in 98 Prozent richtig. Ja, da weiß ich auch, also ich gucke ja auch oft, ich entscheide mich bei Restaurants oder irgendwelchen Sachen auch oft nach den Bewertungen. Und wenn da einer sowas schreibt wie, war dreckig da, aber da sind irgendwie 98 Bewertungen, die alle happy sind, dann glaube ich schon, dass der einfach nur einen scheiß Tag hatte und höflich war und halt kacke Unhöftigkeit zurückbekommen hat. Ja, das ist auch mittlerweile so. Ich meine, es kann ja immer mal sein, dass auch Leute unzufrieden sind, dass man mal einen Tag hatte oder so. Das ist ja gar nicht das Problem. Es ist aber auch manchmal interessant zu sehen, wenn man dann bei den Studios, Restaurants oder wo auch immer guckt, wie auch mit sowas umgegangen wird. Es gibt Leute, die antworten gar nicht da drauf. Dann bleibt das dann halt so stehen. Richtig aber auch witzig, wenn die darauf antworten. Noch witziger ist, wenn die Leute halt nicht so richtig gut Deutsch sprechen und dann irgendwie richtig anfangen, da rum zu beleidigen. Da kommst du hin, dann schlage ich dir in die Fresse. Das hat mir schon gute Stunden beschert auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Aber darum zu treuen. Ich glaube, ich folge auch so einer Seite bei Instagram mit Google-Bewertungen. Ja doch, lustige Google-Bewertungen heißt die einfach. Das ist der Hammer. Das ist einfach von dieser Computerstimme, die das dann vorliest. Boah, das ist fast so wie Ebay-Kleinanzeigen. Ja, auf jeden. Das ist auch witzig, was man alles bewerten kann, von der Polizeistation bis zum Hauptbahnhof. Ja, ja, da sind auch meistens immer nur Hauptbahnhöfe, Polizei, irgendwie so. Frankfurt, Drogenauswahl, sehr gut, wirklich gerne wieder. So, ich hatte hier. Man wird direkt empfangen und kriegt Sachenangebot. Ich bin schon seit 16 Uhr hier. Wäre das was für dich, dass du, wäre Frankfurt oder Berlin eine Option für dich so als nächstbeste Großstadt? Also, nee, Hamburg ist schon echt das Größte der Gefühle. Also, ich komme ja auch von dem Vorort aus einer kleinen Stadt. Und ich wäre, also, ich würde super gerne wieder weg aus der Stadt. Ja, verstehe ich. Ich würde gerne nicht hier arbeiten, aber eigentlich würde ich am liebsten so eine halbe Stunde mit dem Auto hierher fahren müssen, dass ich irgendwo wohne, wo es halt grün ist. Bei mir ist es genau umgekehrt. Hamburg stand damals bei mir tatsächlich auch zur Debatte, ob ich hier hingehe. Ja. Weil ich liebe Hamburg. Ja. Und. Habe ich letzte Woche gehört bei deinem Podcast, weil du hier auch schon als Jugendlicher immer warst. Aber ich kann nicht, aber ich kann irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Ich hätte hier, mir ist das hier einfach zu stressig, hier Business zu machen. Ach so. Ja, das kann ich. Ich habe zum Glück sehr viel Glück gehabt. Für mich ist, ich glaube, ich hätte es ein bisschen schwieriger in der Kleinstadt gehabt. Ja gut, aber das ist ja auch nicht Glück, das ist ja nicht zugefallen. Die Leute, du bist ja nicht aus der Tür getreten und die Leute haben gesagt, oh mein Gott, ich habe Jesus Christus gesehen. Ja nein, also ich hatte halt Glück gehabt, ich habe oft viel Glück gehabt, sodass ich halt einfach durch Zufall hier gelandet bin, um mich tätowieren zu lassen, dass Jessie irgendwie mich aufgenommen hat. Obwohl, wenn ich mir jetzt angucke, was ich da gemacht habe, weiß ich nicht, was sie da gesehen hat. Das denkt, glaube ich, jeder von sich. Genau, also da hatte ich schon echt Glück, aber ich meine, ich habe natürlich auch sehr viel dann dafür getan. Gerade das ganze Rumgereise und ich habe so viele Guestbots und Conventions besucht, dass ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, wie viel Zeit, Geld und Arbeit ich da irgendwo reingesteckt habe, um um die ganze Welt zu reisen. Und ja, jetzt lohnt sich das halt. Es war auch, glaube ich, ein guter, also für mich war es auf jeden Fall richtig, in die Großstadt zu gehen, weil ich halt mit dem, was ich machen wollte, in der kleinen Stadt, wo ich angefangen habe, nicht weit kam. Deswegen brauchte ich halt die Offenheit der Leute hier. Das denke ich mir manchmal bei mir, ob ich anders, ob Downtown oder generell auch mein Studio, ob das anders wäre, wenn es in einer anderen Stadt wäre. Ich glaube, bei dir ist es perfekt, weil inzwischen, es sei denn, du hättest das gleiche auch schon vor zehn Jahren gemacht, dann wäre das, glaube ich, gut gewesen. Aber jetzt vor zwei Jahren, das Ding, wann hast du das große Studio aufgemacht? Das ganz große ist jetzt vor einem Jahr. Vor einmal, genau. Stell dir mal vor, du wärst jetzt vor einem Jahr hier nach Hamburg oder Berlin da mitgegangen, dann wärst du halt einfach runtergegangen. Das hätte ich gar nicht bezahlen können. Letztens, die Viktoria, die bei uns war, die hat mir nämlich noch erzählt, dass ein Studio, wo sie in Berlin arbeitet, dass das dicht gemacht hat, weil die Mieten einfach so crazy angezogen haben, dass die gesagt haben, wisst ihr was, fiegt euch einfach so, haben wir keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen. Ja, ja, safe. Und ich glaube, ich finde, also ich finde, ich finde es eh voll krass, wie du das geschafft hast. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob das bei unserem ersten Talk dann in Barcelona schon war oder ob das ein bisschen später war. Da hast du ja auch dann zu mir gesagt, du hättest richtig Bock, eigentlich nur noch Lettering zu machen. Hast du geschafft. Ja, am Ende. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Julian hat auf mich eingeredet, Chris Okapi hat auf mich eingeredet, wir haben auch drüber gesprochen und das ist einfach so eine Geschichte. Leute, das ist wie immer im Leben, du kannst drüber reden oder du kannst es einfach machen. Und ich kann dir sagen, ich habe, als ich das dann wirklich schringend durchgezogen habe, nicht so viel zu tun gehabt in der Zeit. Ja, ich weiß. Das war erstmal ein ganz schöner Drop. Auf jeden Fall. Ja, aber du hast halt durchgezogen und das hat sich halt gelohnt. Dankeschön. Freut mich, wenn sich das so anfühlt. Ich finde es halt cool, weil die Leute tatsächlich und auch gerade dadurch, dass es so nischig ist und ich meine, Ostdeutschland ist jetzt nicht so spießig wie jetzt, sage ich mal, auch Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme oder auch Bayern. Genau, du hast ja gar nicht nur die Leute aus Jena, die kommen ja wahrscheinlich aus ein, zwei Stunden im Umkreis. Ja, auch zum Teil wirklich weit weg oder aus dem Ausland oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht die Regel, dass man sagt, die fliegen, wer weiß wohin für mich so. Aber es kommt schon mal vor, dass jemand so zwei, drei Stunden irgendwie fährt und das ist halt auch so voll. Ich finde das voll ruhig, so das Gefühl, weil ich mir denke, so ein Gutes. Ja, aber eigentlich ist es ja richtig. Also ich finde, jeder sollte nicht nur seinen Tätowierer danach auswählen, dass er schnell erreichbar ist. Ja, genau. Also wenn mir was von jemandem gefällt, dann würde ich auch ans andere Ende der Welt reisen. Ja, würde ich auch machen, auf jeden Fall. Hast du irgendwen da auf der Bucketlist, den du irgendwann, wo du ein Tattoo von haben willst? Außer von mir? Ja, das müssen wir auch noch machen. Ich brauche eins von dir auf jeden Fall. Ja, echt, wir haben beide uns noch nicht gegenseitig determiniert. Aber ich finde deine Sachen halt gigageil. Ich habe nur keinen Bock da drauf. Auf den Prozess, das ist mir so über. Ja, ich bin halt gerade, Jill hat jetzt meine ganze Front gemacht. Jetzt hatten wir eigentlich sogar letzte Woche schon mit meinem Rücken plus Arsch angefangen. Oh, crazy. Aber leider hatte sein Hund eine Not-OP. Deswegen habe ich ihm gesagt, machen wir nicht. Er soll sich erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerade mit dem Kopf da Bock drauf hat. Genau. Aber also eigentlich habe ich gar nicht. Genau, ich habe jetzt, also Jill macht jetzt noch den Rest von meinem Körper. Und dann ist eigentlich nur noch mein linker Arm frei. Und da weiß ich nicht. Ich hatte mal was geplant. Das war in Rumänien. Das ist wegen Corona nicht, hat das nicht geklappt oder konnte ich da nicht mehr hin. Und in der Zeit haben wir dann mit meiner Front angefangen. Deswegen ist mein Arm jetzt erstmal liegen geblieben. Genau. Ich hätte Lust von, entweder von Kindamo oder von dem Levi Unlimited. Oh, Levi ist auch richtig witzig eigentlich. Das ist so witzig wie diese ganzen Parallelen. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen auch noch rausgefunden, dass unsere Geburtstage nur vier Tage voneinander entfernt sind. Hast du ihn schon mal in echt gesehen? Nee, aber wir schreiben irgendwie recht viel. Richtig. Ich weiß nicht, ob er den Podcasts hört. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ich finde, der ist auch richtig, richtig wild. Ja, ja. Auf jeden Fall. So eine Mischung aus dir und Kindamo, finde ich. Auf jeden Fall. Ich habe echt von ihm eigentlich Bock, mir von ihm noch quasi ein kleines Stück auf meiner Brust und Hals. Genau, da will ich halt ein Netto-Wing haben. Ja. Und da habe ich mir immer noch nicht sicher, ob er von ihm oder von Kindamo. Von Mystic hätte ich super gerne irgendwann nochmal eine Schrift. Ja, der macht auch krise Zeug. Genau. Aber ne, so viel auf meiner Backe, das habe ich gar nicht. Ich bin gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall dann, wenn wir in drei Jahren den nächsten Podcast machen, darüber unterhalten. Ja. Crazy, ey. Die Stunde ist schon rum. Aha. Nur Blödsinn gesabbelt. Nice. Ja, aber das ist doch auch in Ordnung. Ich finde, so lernt man die Leute immer am besten kennen, wenn man halt so Blödsinn sabbelt. Weil ich könnte jetzt auch die normalen Fragen stellen, das wäre langweilig. Erstmal kenne ich das schon. Zum Zweiten gibt es ja noch den Tätowier-Magazin-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es den noch online gibt. Ich hoffe nicht. Ich habe den auf jeden Fall noch. Ich habe auch noch unveröffentlichte Folgen, die die nie rausgebracht haben. Ja, ja. Start. Deswegen. Du kennst, du weißt ja, wie es ist als fleißiger Tales from the Needle-Hörer, deswegen hast du jetzt gemacht. Nein, natürlich habe ich mich nicht vorbereitet. Ja, fuck. Scheißegal. Ja, sagst du, was war das nochmal? Ich kann jemandem empfehlen? Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst jetzt Leute grüßen, du kannst Werbung für dich und deine Leute machen, du kannst Leute empfehlen, du kannst einfach das, was du noch loswerden willst. Also ich würde auf jeden Fall, also checkt auf jeden Fall unser Studio aus, kollektiv, klammheimlich. Dafür würde ich gerne Werbung machen. Aber an sich, ich würde gerne, glaube ich, sagen, die Leute sollen sich einfach, alle sollen sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Nicht immer alles, nicht alles so hinpfuschen. Das kam unerwartet. Aber finde ich in Ordnung, ja? Ja, ich finde das leider oft, wenn ich Tätowierungen sehe, ich denke mir eigentlich oft, nur zehn Minuten. Zehn Minuten einmal ein bisschen mehr, kurz da ein bisschen sauberer machen oder da eine Spitze, Spitz machen. Bisschen mehr Liebe investieren. Bisschen mehr Liebe, genau. Einfach nur ein Tick mehr Liebe in die Arbeit oder in seine Arbeit, in das, was man macht. Das einstecken. Das finde ich schön auf jeden Fall. Ja, und seid nett zueinander. Ja, sehr schön. Dann machen wir das doch. Dann gehst du ja noch deine Faust. Bäm's. Und dann haust du rein, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche, Freunde. Übrigens, wegen dem Papier, worüber wir drüber gesprochen haben, ich glaube, das gibt es sogar bei Killer Inc. Guckt doch mal auf tftn-podcast.com, da findet ihr dann nämlich noch ein kleines Angebot. Du schlängel. Ja, da können wir euch noch zehn Prozent drauf mitmachen. Habe ich gerade gedacht. Bis dahin. Tschüssi. Ja, genau. Was soll ich sagen? Das war es leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.